Wähle weise. Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du wirklich sicher? Ja, ja, Humble Bundle machen wieder wie gedoppt und diesmal habe ich mich wirklich sehr gefreut und ich erzähle euch auch gleich, warum das Bundle, was jetzt am Freitagabend rauskam, ist das Choose Wisely Bundle und ich musste auch sofort zugreifen, apropos zugreifen, meine Aufzeichnung und so, okay. Wir haben sieben schöne Spiele und wir haben mal wieder ein seltsames Problem, aber dazu kommen wir später. Ja, wir haben wieder drei Abteilungen, einmal 1 Euro, wir kommen doch jetzt zu dem Problem, dann der Preis, der obere Preis 8,63 Euro und der durchschnittliche Preis 8,66 Euro. Das heißt also, im Prinzip können wir das mit dem mittleren Ding weglassen, weil, ja, ihr zahlt 8,66 Euro und kriegt alles, das können wir so sagen. Gut, wir fangen erstmal an mit einem Euro, auch ein Spiel, das wir verlosen und ich glaube, Moment, warte, 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 warte. Wo haben wir es denn jetzt? Und zwar verlosen wir zweimal dieses Spiel, weil ich hatte es schon und der Revenger hatte es auch schon, deswegen hatte das gespendet. Beholder 2 ist also die Fortsetzung von Beholder, wer hätte das gedacht und es dreht sich hier wieder um ein, ja, wie soll ich sagen, faschistoid angehauchtes Spiel. Das heißt also, du bist wieder Blockwart oder ähnliches, auf jeden Fall, ich bin ein Angestellter im Ministerium für einen totalitären Staat und ich muss dann versuchen, ja, Volksverräter, also im Prinzip den Widerstand aufzudecken und die Leute zu melden oder meinem Gewissen folgen. Das heißt also, es ist eine genaue Abwägung, bin ich gut, bin ich böse, arbeite ich für den Staat und klettere die Karriereleiter oder komme ich selbst unter Beobachtung. Sehr positiv bewertet, wirklich tolles Spiel, wurde schon relativ häufig in Bundles angeboten, deswegen beim Receller nur noch für 2 Euro, was ich sehr schade finde, weil es kostet eigentlich noch 15 Euro, aber hier gibt es das für 1 Euro und da haben alle am meisten von, weil ja auch noch ein bisschen was gespendet wird. Das heißt, wenn ihr Beholder 2 haben wollt, ganz klar, bitte hier über Humble Bundle einfach mal zuschlagen. Wie immer verlinke ich natürlich das Bundle in der Beschreibung. Ganz wichtiger Hinweis, ich habe da nichts von, das ist kein Reflink, nichts, sondern ich mache das einfach nur zur Info und für die Views und den Fame. Genau, das, ja, da bin ich wieder. Genau, also Beholder 2 ist also für den 1 Euro Segment ganz ordentlich so. Jetzt kommen wir zu dem, weil so habe ich es vorbereitet, zu dem Teil, zahle den Durchschnitt, was der teuerste Teil ist, aber da nur 3 Cent dazwischen liegen zur Zeit, ist das, ja, relativ egal. Und zwar ist das, ja, was ist das? Kyle is famous. Ein Spiel, das der Revenger schon hatte, deswegen verlosen wir das einmal. So, und wer, was ist das? Ähm, ja, es ist ein Spiel. Spiel zu einem, ich weiß es nicht, Interview. Also es ist erstmal nur auf Englisch, ja. Trotzdem soll es sehr gut sein, also, ähm, der Revenger hat das und empfiehlt es auch. Das heißt also, ich bin der festen Ansicht, dass es dann auch wirklich was Gutes ist. Kostet normalerweise noch 12,50 Euro. Es hat mehr als 100 mögliche Enden. Das heißt also, Wiederspielwert ist fast unbegrenzt. Und, ja, und es ist also ein reines Entscheidungsspiel. Also sonst nichts. Zwischensequenzen gibt es zwar, aber Ötchen ist hier Fehlanzeige. Ja, wie gesagt, ist auch sehr positiv bewertet. Nicht sehr oft, das heißt, es ist wohl wirklich ein, eher ein, ähm, ähm, ja, ein Spieltypisch für unter dem Radar. Ja, jo, es gibt hier die Complete Edition, das ist aber auch die einzige Edition, die es gibt. Es gab da wohl mal andere. Aber ich sehe gerade 117 Endings, genau. Ja, es ist also eine nicht-visuelle Novelle. Also im Prinzip ein Spielbuch, kann man sagen. Und, ja, gibt's halt eben hier, ne? Und wird auch verlost. Also mitmachen, wenn ihr's haben wollt. Das nächste Spiel wird nicht verlost, weil irgendwie hatten wir das, ähm, alle noch nicht. Es ist Early Access und ich weiß nicht so richtig, wie gut es ist. Es ist sehr positiv bewertet im Großen und Ganzen. In letzter Zeit eher größtenteils positiv. Ähm, und zwar ist das Between the Stars. Werde Käpt'n eines stellaren Kreuzers und du schwere die Galaxies, um die Galaktische Republik zu retten. Während deiner Reise wirst du wichtige Entscheidungen treffen, die Ausrüstung und Bewachung des Schiffs verbessern und gegen unzählige Feinde in die Schlacht ziehen. Wie gesagt, Early Access kostet normalerweise noch 28 Euro beim Briexeller, aber auch wieder für 2 Euro. Schade. Deutsch wird nicht unterstützt. Englisch ist die offizielle Sprache und Spanisch und Chinesisch gibt's auch noch. Das sieht sehr gut aus. Es scheint sich auch, inklusive Raumschlachten, relativ gut zu spielen. Die Story ist auch vorhanden, äh, soll aber dann doch etwas repetitiv sein. Ich freue mich drüber und, ja, es wird ja auch nicht verlost. Deswegen, ja, Between the Stars. Das ist also ein richtig schönes RPG-Action-Weltraum-Simulations, äh, ja, genau. Weltraum auch mit Ballerspiel, mit Strategie und allem drum und dran. Genau. Ja. Dann das Dritte. Das wird wiederum verlost und zwar einmal, weil ich hatte es schon tatsächlich. Ah, da bin ich ja. Und gerade bin ich wieder weg. We were here together. Es ist ein Multiplayer-Spiel. Das heißt, also hier werdet ihr jetzt wahrscheinlich nie sehen, also, äh, angespielt, weil wir brauchen da Mitspieler und mit Randoms möchte ich nicht. Das kann immer so ein bisschen doof werden. Ähm. Es ist wohl auch, es ist so ein bisschen, denke ich mal, was mit, mit, auch mit Impostern und Ähnliches, ähm, ich glaube, na, obwohl Online-Koop, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, gar nicht das, was ich meinte, ne. Äh, du musst also irgendwie Koop-mäßig irgendwelche tollen Rätsel lösen. Ist sehr positiv bewertet, kostet normalerweise noch 13 Euro beim Reseller nicht wirklich, ähm, günstiger. Ich dachte, das wäre das mit dem einen Verräter, aber das ist, glaube ich, äh, help will come tomorrow. Egal, ich verwechsel die Sachen immer so ein bisschen. Ähm. Das andere hieß, glaube ich, we were here to, ba, 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 ich muss mal ganz kurz gucken. We were here serious. Ich gucke mir das ganz kurz mal an. We were here together. We were here to. Das hatten wir schon mal verlost, genau. We were here ist kostenlos. We were here to ist, hab ich, genau. Und we were here together, hab ich auch, wird also verlost, genau. Vielmehr ist es nicht doch Sprachen. Sprachen, Sprachen. Da ist jetzt wirklich in Sachen Übersetzung alles dabei, Sachen Oberfläche und Untertitel. Englisch ist die Sprachausgabe wie so oft. Und das ist dann der zweite, aber jetzt im Moment eigentlich eher letzte Teil des Bundles, weil der Durchschnitt wieder mal teurer ist als das gesamte Paket. Also muss man den Durchschnitt zahlen, um das gesamte Paket zu bekommen. Ja, das heißt also, der Durchschnitt übersteigt den eigentlichen Preis. Das heißt also, die Spender machen das Ganze teurer. Aber das macht nichts, weil es ist ja für einen guten Zweck. Und jetzt kommen wir zu diesem eigentlichen Endpreis. Und tatsächlich dürfen wir da sogar was verlosen, weil der Rondan 82 auch wieder mal einen Key gespendet hat. Ich hatte diese Spiele alle drei noch nicht oder alle zwei. Ich erkläre es. Wir gehen mal einfach mal das erste Spiel. Da gibt es nicht viel zu erklären dazu. Das ist Beyond Two Souls. Das ist aus der Serie, die anfängt eigentlich mit Fahrenheit, dann weitergeht mit Heavy Rain und endet mit Detroit Becomes Human. Nein, Serie in der Hinsicht, dass es die gleichen Macher sind und die Spiele sich in der Mechanik ein bisschen ähneln, aber tatsächlich inhaltlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Beyond Two Souls ist, also ich konnte mir das Let's Play nicht anschauen, weil es insgesamt einfach zu sehr auf die Tränendrüse bzw. zu sehr auf das Mitgefühl geht. Das heißt also, man fühlt sich da nicht wirklich gut dabei. Und das sagt auch aus, dass es wirklich, wirklich gut ist. Sprachausgabe, Oberfläche, Untertitel. Es ist ein Triple-A-Titel, kann man sagen. Ist in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch vorhanden. In Niederländisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Brasilianisch, Portugiesisch, Russisch und Lateinamerikanisches, Spanisch. Aber Oberfläche und Untertitel ist in weiteren Sprachen, sodass wir insgesamt 23 Sprachen haben. Also nur Triple-A bis zum geht nicht mehr, kostet normalerweise noch 20 Euro. Ist momentan bei Steam im Sale für 10 Euro, aber immer noch teurer als dieses Bundle kostet. So, jetzt kommt das Besondere. Dieses Spiel wird verlost. Dank einer Key-Spende von Rondran. Muss mal ganz kurz gucken, ob ich den schon habe. Sonst müsste ich wieder dazu sagen, unter Vorbehalt. Weil dadurch, dass es im Moment für meine Verhältnisse sehr, sehr früh ist, ist ganz klar, dass ich vieles, was ich normalerweise schon habe, weil es später ist, noch nicht habe. Aber egal, Heavy Rain, eine total packende Kriminalgeschichte, in der du alle möglichen Charaktere spielst. Einen Polizisten, den Vater des entführten Kindes und es ist wirklich kranke. Kranke Story, super gut gemacht. Er macht auch ursprünglich, genau wie auch Beyond Two Souls, ein Playstation-Exclusive, glaube ich, vielleicht auch Xbox, aber auf jeden Fall Konsole, endlich 2020 auch für den PC umgesetzt. Kostet normalerweise noch 20 Euro. Genau, und wie gesagt, ihr könnt es hier gewinnen. Ja, und jetzt kommen wir zu was, was ich normalerweise doof finde, aber im Prinzip sind wir fertig. Wir haben noch einen Eintrag und das ist einfach nur ein 25% Coupon für ein weiteres Spiel und das ist das Spiel, was hier natürlich auch noch kommen muss. Und ich habe zugeschlagen, weil ich hatte es auch noch nicht und da es momentan sowieso reduziert ist und dann nochmal 25%, ich habe es für 11 Euro kaufen können und musste es einfach haben. Deswegen machen wir ausnahmsweise auch bei einem Coupon mal eine Spielvorstellung, es ist Detroit Become Human. Dazu auch eine kleine Ankündigung, ich weiß nicht genau wann, aber ich habe das mal mit der Naganfi zusammen in einem Live-Event das Demo gespielt, habe das Spiel selbst aber wie gesagt nie gehabt, das Demo gab es die ganze Zeit schon. Ich habe es auf der Playstation damals gespielt, 4 natürlich, ja, und habe natürlich auch soweit alles richtig gemacht. Ich habe auch bei Gronkh das Let's Play dazu gesehen und auch er hat ein gutes Ende erreicht, ja, und ich wollte jetzt einfach einmal ein Projekt machen, jetzt wo ich es endlich habe. Wollte ich ursprünglich mit der Naganfi zusammen machen, aber jetzt, da ich es jetzt hier selber mache, geht es auch so. Und zwar wollte ich unbedingt mal machen, Detroit Become Arschloch, das heißt also wirklich die unmenschlichsten, die ekelhaftesten, die schlimmsten Entscheidungen treffen und wirklich das Spiel als schlechter Mensch spielen. So ein richtig böses Ding, das heißt also das schlechtestmögliche Ende erreichen mit allem schlimmen Zeugs, das man machen kann. Wann ich das mache, weiß ich nicht, ich mache das auch auf jeden Fall mit euch zusammen live und das wird nochmal separat angekündigt. Wir machen momentan ja ein bisschen mehr auf Twitch, aber es wird natürlich auch alles immer als, wie soll ich es sagen, als Mitschnitt auf YouTube hochgeladen. Genau, deswegen Detroit Become Human, ihr könnt es jetzt für 11 Euro bekommen, wenn ihr Humble Choice Abonnent seid, da habt ihr da 20%, dann ist es nochmal um 25% ermäßigt durch den Coupon und im Moment sowieso im Sale. Das heißt also ich habe es für knapp 11 Euro bekommen, es ist wie das andere Spiel auch in allen Sprachen vorhanden, auch mit Ton. Insgesamt 24 Sprachen, davon sind 12 Stück sogar vertont, also mehr AAA geht überhaupt nicht. Warte mal, wie haben wir das denn eigentlich, habe ich das bei Beyond Two Souls? Und da war es auch so und bei Heavy Rain, ja nur 17, aber trotzdem alles auch auf Deutsch vertont, also muss man sagen, ja richtig, richtig edel. Genau, das heißt wir haben hier, wenn wir den Coupon mit 5 Euro ansetzen, haben wir Spiele im Wert von 113,50 Euro und das Ganze dann für 8,66 Euro. Ich gucke mal, ob es vielleicht jetzt wieder, weil das sind ja wirklich nur 3 Cent, ja es bleibt aber dabei. Ich halte es für ein sehr, sehr gutes Bundle, weil Beyond Two Souls, Heavy Rain und Detroit Becomes Human noch nie gebundelt waren und ich habe auch deswegen zugeschlagen und wollte diese Serie, die ursprünglich mit Fahrenheit anfängt, auch mal komplett haben. Fahrenheit habe ich schon länger, habe ich auch schon mal verlost. Und wie gesagt, wir werden spielen irgendwann mal Detroit Becomes Arschloch, böses Wort, ich werde entmonetarisiert, als ob ich monetarisiert wäre, egal. Also, es ist früh morgens, ich bin noch überhaupt nicht fit, muss aber gleich arbeiten, deswegen, also alles ein bisschen verballert. Nicht so schlimm wie morgen um 17 Uhr, wo wir diesen Tentakel-Stream mit dem Farming-Simulator ab 17 Uhr spielen. Wäre schön, wenn ihr da wärt, das heißt also, letzte Zeit sage ich es öfter, Twitch, Milky3 und Sex, bitte mal folgen und mal reinschauen, wenn wir live sind, es macht Spaß. Und ansonsten hier natürlich Like und Abo und Kommentare, nicht nur, wenn ihr bei den Gewinnspielen mitmachen wollt, sondern auch, wenn ihr, naja, was zu sagen habt. Im Moment antworte ich immer auf alle Kommentare, in irgendeiner Art und Weise, manchmal like ich sie nur oder gebe ein Herzchen, bei anderen schreibe ich was dazu, nur zum Teil sehr zeitversetzt. Weil ich habe dann immer so, wo ich mir mal eine Stunde rausnehme und dann mal alles durchgehe, das heißt, das dauert noch ein bisschen. So, dann ein Aufruf noch ganz zum Schluss und zwar sind immer noch Gewinne aus dem Asmodi-Bundle offen. Das heißt, der Mitspieler namens Armageddon hat noch zwei Spiele zu bekommen, hat sich aber auf meinen Kommentaren noch nicht gemeldet. Wenn du das hier siehst, schreib mir doch bitte mal eine Mail, schau mal in deinen Kommentaren nach bei YouTube, damit du das auch kriegst. Und auch wenn ich da die Hoffnung vergeben habe, eigentlich, weil es schon so lange her ist, aus ganz alten Gewinnspielen, ich weiß auch nicht mehr zu welchem Bundle, aber die Keys habe ich noch. Schokatanami, du hast immer noch zwei Keys zu kriegen, schreib mir doch bitte mal eine Mail. Mail findest du in den Kommentaren zu dem Bundle, bei dem du mitgemacht hast, weil damit ich die Liste endlich herkriege. Gestern habe ich noch mal eine Rückmeldung bekommen, da ist wohl eine E-Mail irgendwie nicht angekommen, aber natürlich alle zugesagten Keys werden auch verschickt und da gab es bis jetzt noch keine Ausnahmen. Genau, einmal habe ich es verpeilt und habe ein Spiel verlost, was ich gar nicht gekauft habe, da habe ich das nachgekauft und trotzdem verschickt, weil, ne, muss so sein, ne, Spielschulden sind Ehrenschulden, alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende, wäre schön, wenn ihr morgen um 17 Uhr auf Twitch dabei wärt, dann seht ihr einen völlig verballerten, aus der Frühschicht kommenden Milky und ansonsten macht es auf jeden Fall gut und bis zum nächsten Mal. Tschaui!